Hi Leute, was geht da? Willkommen zurück zu ein kleines knackiges Video und heute zeige ich euch eine kleine Methode, wie man den Account wieder aufbauen kann. Viele von euch sind betroffen, wie ich ungefähr. Resetted, das heißt Level 1, kaum Geld oder gar nichts, scheiß Auto, keine Häuser, nix. Aber das Geld aufzubauen ist sehr schnell machbar. Es gibt mehrere Lösungen. Erstens, den AFK Monitor, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr ungefähr 1-2 Stunden machen, bis ihr etwas Geld habt. Zweiter Schritt, mein Tipp an euch. Kauft euch Tiefgarage und macht dann den Solo Frozen Money Glitch. Habt bitte noch genug Geld und kauft euch die billigsten Autos. Klatscht die voll und Stück für Stück verkauft ihr die, bis ihr 4,7 Millionen habt ungefähr und kauft euch den Deluxo. Wenn ihr den habt, kauft ihr den überall. Klatscht den überall rein. Denkt dran, pro Verkauf 2,8 Millionen. Und das mache ich. Und dann kaufe ich mir einmal einen Bunker wieder. Mobilkommando sind gerade einfach Stück vor Stück einfach alles wieder. Weil das Auto hier will ich nicht. Ja, ich habe auch keinen Bock Mission zu zocken. Das ist gar nichts. Also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet. Aber so kann man am besten, glaube ich, einen Account wieder aufbauen. Was ihr auch noch machen könnt, sind die Schatzsuche, den Revolver. Das mache ich später auch noch. Gibt auch sehr gut Geld. Dann habe ich genug Geld schon mal auf die Seite. Gut, wir sagen, let's go. Link in der Videobeschreibung. Und zwar könnt ihr es solo machen. Dann ist es nur wichtig, wenn ihr Level, so seid wie ich, Level 3, Level 5, könnt ihr es hochwahrscheinlich nicht starten. Weil da steht ja, ihr habt das Ranglevel noch nicht erreicht, bla bla bla. Deswegen markiert alle 16 Dinger, ja. Das sind, glaube ich, 12 oder 16 Stück. Markiert einfach alle. Lasst es einfach durchlaufen. Ihr müsst zum Schluss, das dauert, glaube ich, eine Runde, dauert ungefähr 17 Minuten. Dann müsst ihr anwenden X drücken. Hier ist nur wichtig, wenn ihr drin seid, AFK, könnt ihr zum Beispiel den Controller ab und zu mal bewegen oder den Controller so befestigen, die Kamera sich die ganze Zeit bewegt oder einfach gucken, ja. So, macht es zu zweit, dann macht es mit dem Kollegen noch besser. Aber macht es am besten solo, da seid ihr nicht abhängig. Gut, einfach Job starten, ne. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung für die Xbox One. Muss auch eins geben. Ich schaue da mal, Link in der Videobeschreibung für die PS4. Ihr macht das gleich, was ich mache. Für den PC gibt es leider nicht. So, einfach starten. So, 1 bis 16, ja, passt. Wie gesagt, man bekommt jetzt hier nicht viel Geld. Erwartet hier nicht 5 Millionen oder sowas. Man bekommt vielleicht 33.000 oder sowas. Oder weniger, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist jetzt eine leichte Methode, euch Kondo wieder aufzubauen. Ja, ihr geht dafür hin. Ihr seht ja, ich habe auch nur eine Pistole. Ich habe gar nichts. Aber ihr braucht auch keine Pistole. Hier sind solche Stromschläge. Und die Gegner stürben von selber. Ihr könnt jetzt zum Beispiel die Kamera sich drehen lassen, die ganze Zeit. Oder ihr bewegt den Controller ab und zu mal so. So. Wie ihr möchtet, ja. Schaut nebenbei Netflix an. Man lasst die Gegner einfach sterben. Gut, Leute. Ein Großteil war das von mir. Wie gesagt, ich hoffe, alle, die noch Bock haben auf GTA, liked das Video, unterstützt meinen Kanal, abonniert alles und und so weiter. Ich würde sagen, bis dahin, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein.